Blasius von Sebastel war Bischof von Sebastel, dem heutigen Sievers im Nordosten der Türkei. Sebastel war die Hauptstadt der römischen Provinz Armenien. Blasius starb als Märtyrer während einer der Christenverfolgungen des Römischen Reiches. In der katholischen und orthodoxen Kirche wird er als Heiliger verehrt, erzählt zu den 14 Nothelfern. Sein Gedenktag ist im allgemeinen römischen Kalender der katholischen Kirche der 3. Februar in den orthodoxen Kirchen der 11. Februar. Name Der Name leitet sich vermutlich entweder von Lat. Blasius ist gleich das Lispeln ab, also in etwa. Überlieferung Die ursprünglich in griechischer Sprache aufgezeichnete Heiligen Vita Vita Blasii beschreibt sein Leben und Martyrium. Zunächst soll er Arzt in Sebaste gewesen sein. Seine unermüdliche Hilfsbereitschaft und Toleranz allen Menschen gegenüber, ob arm, ob reich, ob Christ oder Heide, sollen ihm zur Wahl zum Bischof verholfen haben. Zahlreiche Legenden haben seine Heilkraft zum Thema. Die bekannteste Erzählung berichtet, dass er während seiner Gefangenschaft in einem römischen Gefängnis einem jungen Mann, der an einer Fischkrete zu ersticken drohte, das Leben rettete. Deshalb wird er gegen Heilsleiden angerufen. Bevor er zum Bischof hernannt wurde, floh Blasius während einer Christenverfolgung des Kaisers Licinius in eine Höhle des agäischen Gebirges, wo er mit den Tieren des Waldes lebte, sich um sie kümmert, wenn sie verletzt waren und sie aus Fallen befreite. Bei einer Jagd wurde er entdeckt und gefangen genommen. Der Stadthalter Agricola versuchte ihn mit Versprechungen zum Abfall vom Glauben zu bringen. Als Blasius ablehnte, ließ man ihn mit Stöcken schlagen, mit Striegeln oder einem eisernen Wollkamm quälen. Nach der Folter fragte ihn der Stadthalter, willst du nun unsere Götter anbeten? Blasius antwortete. Ich fürchte dich nicht, tu was du willst, aber ich werde meinem Herrn und Gott treu bleiben. Da ließ ihn der Stadthalter in einen Teich werfen. Blasius schlug das Kreuz über dem Wasser, das fest wie gutes Erdreich wurde, und er stand und rief seinen Peinigern zu. Wenn eure Götter wahre Götter sind, so will ich ihre Macht sehen. Geht her zu mir auf dem Wasser. Das versuchten fünfundsechzig Mann, aber sie ertranken. Vor der Hinrichtung betete Blasius, dass alle, die ein Übel an der Kehle oder sonst ein Siechtum hätten, Erhörung fänden. Wenn sie in seinem Namen um Gesundung beten. Eine Stimme vom Himmel gewährte ihm die Bitte. Mit zwei Gefährten wurde er enthauptet. Verehrung Im Jahr 972 brachte man den Kopf des HL Blasius als wertvolle Reliquie nach Dubrovnik, wo sie sich in Gold gefasst, mit weiteren Reliquien im Dommuseum befindet. Der HL Blasius ist Schutzpatron der kroatischen Stadt, wo man ihn Zviti Flau nennt. Er gilt auch als Schutzpatron der Ärzte, Kämmler, Blasmusikanten, Bauleute, Maurer, Gipser, Gerber, Schuhmacher, Schneider, Strumpfürker, Abilber, Wollhändler, der wilden Tiere. Er wird gegen Halsbeschwerden, Blasenleiden, Blutungen, Zahnschmerzen, Geschwüre, Pest angerufen und um eine gute Beichte. Er ist einer der 14 Nothelfer. Blasius wurde im Spätmittelalter zum Schutzpatron der Halskranken, Ärzte, Bäcker und weiterer Berufe. An seinem Gedenktag wird mit zwei gekreuzten oder ineinander geflochtenen Kerzen der Blasiussegen erteilt. Mehrere Orte und eine Vielzahl von Kirchen und Hospitälern tragen seinen Namen. Z. B. St. Blasien im südlichen Schwarzwald, L'Hôpital Saint-Blaise in den französischen Pyrenäen, San Blas an der Pazifikküste Mexikos U. V. A. Darstellung. Der H. L. Blasius wird häufig im Gewand eines Bischofs mit Stab und Mitra mit zwei gekreuzten oder ineinander geflochtenen Kerzen dargestellt. Die Kerze geht auf folgende Legende zurück. Ein Wolf verschleppte einst das Schwein einer armen Frau. Durch Blasius' Gebet erhielt die Frau das Schwein zurück. Zum Dank brachte sie Kopf und Füße des Schweins mit Früchten und einer Kerze zu Blasius. Wetterregel Sankt Blasius stößt dem Winter die Hörner ab. Wenn an seinem Gedenktag schönes Wetter ist, gibt es eine gute Weinernte. Siehe auch Blasius-Girche San Blas Blasius-Girche San Blasius-Girche